Eins los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bräuchersee in der 2LK 17 Edition mit dem JG Gamer. Hallo liebe Leute. Und mit dem OstrandTV. Hallo schön. Wir haben ja gedacht wir Form produzieren, also wir werden vorarbeiten offscreen, aber dann hat Fabio gesagt, er kann doch das heute hier sein. Da hat man gesagt, come on, wir nehmen noch mit diesen Fan von uns noch eine Folge auf. Was, was, hab ich lauten gesagt? Ih, also wenn dann nur austreiben, ne? Was? Ja, was, das ist ein Fall von mir, was, ja. Was? Schweizer, da fangen wir gleich ja aus, Alter. Da fangen wir gleich mal an, Alter. Voll, nö. Voll, nö. Das ist ja auch der andere ist voll. Nein, der ist doch noch nicht voll, Alter. Da passt noch mal rein. Es ist voll, es voll. Dann kriegen wir die anderen nicht voll. Es ist voll. Äh. Stopp, 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 stopp. Ostrand, du musst ein Stück wegfahren von Schweizer. Ich hab' aber ausgeschaltet. Ja, egal, trotzdem. Dann glaube ich, das ist das. Die alle stehen als Spende. Spende. Ja, ich fahr' drin vor. Jetzt hab' ich den Motor. Ich glaub's nicht. So. Warte mal Autoloadern. Äh. Starten mit B. Perfekt. Sechs Meter Stämmer hab' ich gesehen. Können wir machen. Wir müssen wieder voll beladen durch den Schlamm. Finde ich aber gut. Na, ob das gut wird. Ostrand. Ostrand. Dann nachher durch. Ostrand dann nachher durch. Durch den Schlamm. Mhm. Ich fahr' über Warnschienen. Nee, das ist schon wieder voll unrealistisch, Junge. Ja, Autoload ist auch realistisch, sagst du Schweizer? Ist okay. Nee, sicher nicht, aber durch Warnschienen fahren. Lass' die Stämme doch liegen und dann fahren wir gleich einfach mit dem Trailer rum. Nee. Das kommt zu viel. Hey, wir haben noch meinen Trailer, also. Ja, das kommt zu ihm, das sag' ich halt. Das kommt zu viel. Auf welche Entfernung hat der bitte gerade genommen? Nein, er ist halt der Beste. Was? Äh, nein. Jetzt macht der kleine Stämme mal zwei Meter, der Junge alle. Wer? Der, der Faden. Ja, das waren ja auch nur winzige. Ja, wieso hast du das gemacht? Wieso nicht? Der geht nicht, der ist zu lang. Alter, einmal macht er viel zu kleiner und einmal macht er viel zu langer. Ich versteh' den Menschen nicht mehr. Ich war zu langweilig gar nicht. Was doch, Schatz, wenn du das so hast. Nicht du. Nicht du. Juju. Hat er die irgendwie gepackt von hier? Auf jeden Fall, ich hab die Grote, die Grote? Ja, ja, die Grote. Ich hab die große Motorausführung, deshalb kann ich ein bisschen mehr drauf packen. Ja, ich auch. Äh, ich rede auch von Ausland, nicht von dir. Bist du so beliebt, dass ich rede von dir? Ja. Nein. Alter, das nervt euch immer noch nicht die Hand angezeigt bekomme. Ich hätt' vielleicht reconnecten sollen. Immer rechtsklick klicken für die, äh, äh, für die, äh, die, die Säge? Ne, ich wollt grad, äh, reconnecten, aber dann ist ja die Aufnahme weg. Der ist ein schlauer Bursche, weißt du? Kannste auch schneiden. Ja, ich weiß aber, ne. Wir würden schon Pause machen. Ich bin, ich bin nicht so ein Mensch, du machst einfach Aufnahmen bei der... Moment mal, da hatt' ich auch noch OPS. Ey, was ist das, der Shotgun? Jetzt geht dieses Stück weg? Egal. Oh. Junge, was soll das? Wer hat mir das schon wieder gemacht? Wer... ...will mich da... ...pranken? Was ist das für ein Stück, Alter? Ey, was machst du denn, Schweizer? Schöter. Ja, ja. Schöter, willst du nicht pranken? Wo bringen wir denn eigentlich das Holz hin? Ähm... Was rein? Du hast mich... Oh, Mann! Hast mich irgendwie jetzt, äh, erschrocken. Ne, wir... Ja, wir hätten vielleicht vorher gucken sollen... Stopp, reicht. Äh, wobei den Baum könnt ihr noch reinpacken. Wir hätten vielleicht vorher gucken sollen, dass wir noch ein... aus irgendeinem Pack mit, ähm... Wie heißt... Schalt kein Outroater an. Fahr weg! Fahr! Fahr! Geht auf. Ich schneide dir kurz ab, dass sie in der richtige Richtung sind. Naja, mal. Wir hätten vielleicht noch ein Fass kaufen sollen, was das auch transportieren kann. Was? Oder wirst du dann mal einen Kredit aufnehmen? Oh, ist rein! Ja. Wieder falsch, Alter! Äh, wieder falsch! Hä, wieder falsch! Jetzt fällst du die Bäume die ganze Zeit falsch rum! Nein! Das ist richtig rum! Ja, dann merks. Osran, äh... Fabi, du schneidest, ich verlasse. Das ist besser. Oh, Junge, du darfst den Stamm nicht immer bewegen, dann zählt der Schnitt nicht. Ich hab den anderen... Oh, Mann. Mach mal einen Linksklick, Fabi, auf den Stamm, plus nochmal einen Linksklick. Ey, Mann! Und dann siehst du deine Hand wieder. Ja. Ey, ich brauch meine Hand nicht. Ja, ich verlasse. Okay. Mach, 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 mach. Warte, wie viel Meter durfte der jetzt? Sechs. Sechs. Leute, nicht ernst. Oh, Junge, hör doch auf, den zu bewegen! Ach, das ist der Kanz. Ja, du bewegst ihn die ganze Zeit und dadurch kann ich nicht schneiden. Ach, du kannst nicht mehr schneiden. Ja doch, ich kann schon schneiden, aber der Schnitt wird als ungültig gezählt. 急. Ja, dann... Ja... ...und, dann... ...dann zieh doch jetzt die Mitrückneue im Weg. Ja, du brauchst ihn, du bist du nicht auf. Gut. Ja, aber dann... ...je... ...ja, dann... ...ja, dann zeh... ...und, du hast sogar dass sie wie tritt nur an Weg. Ja... ...ja, dann... ...und, ja, dann... ...und, ja, dann... ...und, ja, dann... und es wurde stück wir brauchen noch ein paar bäume soviel steht fest ich hab das größte stück man, der wird kass voll ja nicht dann guck mir sogar noch so groß hinter mir ist hallo ich hab immer noch keine maus ich hab immer geholfen er hat einfach JCB vergewaltigt du? ne Fabi hat einfach JCB vergewaltigt er nimmt JCB in grün er gibt's der Handy geht an und sag ich JCB in grün weil das versteht selber nicht JCB in grün es gibt JCB auch in grün klar, ich hab JCB in dir alle Farben ja klar, gibt's alle Farben auch jeden Traktor gibt's alle Farben ja, guck also, soll das denn rum? trotzdem ist es vergewaltig ach Junge du hast echt Probleme ich vergewaltige dich gleich wie oft willst du noch vergewaltigt werden? ich bin, ich bin, ich bin nicht so eine Frau das ist wieder von ihnen, täglich das musst du, das musst du lernen, Junge nicht, äh, nicht einen Mann die durchfügen ich möchte dich gar nicht dein Schrumpelpfettchen dein Schrumpelding da unten also, ich kenn da mal einen Menschen der hört das sehr, sehr gerne ha 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 okay müssen wir das jetzt hier im Video sagen? äh, nein na gut gut, das sollte reichen ah, Hilfe er frisst Baum, Alter ham 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 jetzt schon wieder? geht's denn zu lang? so, ich geh, äh wie man das kennt wie man das kennt ich bin mal ganz ehrlich ich bin ja ich geb ja zu jeder, der geht auf meinem Kanal zieht das ja ich bin Burning Gamers Fan ich kenn den Werner nicht persönlich das auf jeden Fall nicht wollte ich, aber naja lass mich vorfahren lass mich vorfahren das geht nicht gut, das geht nicht gut kommst nicht vor nein ich lass mich nicht vor hey, was macht ihr denn? schweizer will unbedingt vor schweizer will unbedingt vor was für schweizer? vor ich hab den größten Gang drin, Alter lass mich hier durch Juno, bitte fährst du jetzt weg er hat doch gestickt, Alter schweizer schweizer, jetzt viel Spaß alter, vierter Gang, ne ich zieh mich draußen drinnen der Juno hat einfach die Radgewichte das macht halt was aus ne, ich hab auch Allrad drin ich hab auch Allrad drin, Juno also, schade jetzt müssen wir hier irgendwie nach unten kommen äh, gibt's hier ne Weihnachtsbeleuchtung? ja, geht's also, ich bin schon auf dem Weg nach unten ans Ufer, weil ähm, witzige Geschichte ach ne, hier sind wir auch eben durchgefahren na gut na gut ich hab dagegen ja, also das ist jetzt leicht witzig mit dem vollen Trailer das ist dezent falsch gefahren ja, ja, Fabi, ich überhaupt nicht äh ich bin aber unten, ne ich bin auch unten, wenn wir uns super gucken ich bin auf die zweite Fahrbahn gefahren ha 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 ich hab dich leider nicht bekommen, Alter ja ich bin da mit 50 oder 60 kmh reingedottert da 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 ich fahr grad mit, äh, 70 aus dem Wald raus also, ich zieh grad hoch auf 70 ich hab auch grade 50 drauf gut, jetzt kommt die Brücke äh auf der Brücke soll man 5 kmh fahren ja, äh ist 60 genau 5 kenn ich da nicht mit Zahlen aus, warte na ja, in deutsch und das wusste schon lange 40 aller T ab wenn jetzt aufs andere Ende der Mitte wollen wir nicht auf Ostmann warten Ostmann warten hier gibt doch sich an der Halterbusch hier vorne hier gibt's eine Halterbusch hier gibt's eine Halterbusch jetzt hab ich den Motor aufgeräte ich hab ich den Motor aufgeräte ja, du hast ja automatisch er wusste, der der braucht ja noch ewig nix ich finde, wir müssen auf andere Seite der Map innerhalb von einer Minute, ne weil in einer Minute ist die Folge vorbei oder wir überziehen erstmal überziehen wir überziehen immer, du Pfeife ja, ich weiß aber halt nicht, nicht nur ein bisschen sondern ein bisschen mehr halt oh, 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 ah kurz herum er hat eine Drehzahl 2200 2290 ja, wenn du am Fahren bist und du fährst schon wieder ich drehe ja okay er hat sie hat sie nur 4 km ah 2200 2200 das Ostreich ist wieder irgendwo stecken geblieben Neee, hat halbeweise. Herzverfahren. Hab ich nicht. Ich sag doch nicht, ich sag doch nicht über das... Ja, aber man hört mir ja nicht zu, egal. Man hört ja nie zu. Du bist ein Schweizer, da soll man nicht zuhören. Oskar, wieso fährst du aber auch übers Blei? Neutral reinschalten. Also ich fahr einfach im ersten Gang ein bisschen rum, ne? Wir hätten den auch noch größer machen können, den Anhänger, oder nicht? Bei mir wär er voll. Nee, nee, ich meinte mit X kannst du den da ausfahren, oder nicht? Neee. Neee, nee. Neee, ich hab immer's verdirbt. Herr, elf im Arsch. Junge, du hast deine Dings an! Du verdannter Vollfosten! Ich hab Schmarrn-Gurze dran. Nein, du hast deinen Autoload noch an! Jetzt ist alles bei mir rübergekommen! Dann hast du einen Autoload an, wenn du alles hast. Hier. B. Abzahlung. Ja, komm nochmal zurück und hol dir an dein Holz ab. Ähm, das dann zum Thema. Du, äh, ich hab das an, ne? Fahr mal zweiter! Das explodiert gleich! Die Hütte! Schade! Ähm, das wird so weit vorgefahren. Ich weiß das nicht. Der KI ist hinter dir! Junge, du kannst wohl nicht fahren! Äh, ich zieh nix! Äh, ich steh! Ah, ich steh! Starten und auf die rechte Seite! Rechte einstellen! Rechte einstellen, rechte Seite! Junge kann wieder GAR NICHT HEUTE! Hab ich doch. Ich weiß gar nicht was du hast. Das sind meine Baumstaben auf dem Boden. Fick die doch! Meine Fackziegel! Stopp, ich war erst weg. Nein, nein, hab ich gerade festgefahren! Fick doch, du Scheißbein alle! Schweizer meint zu mir, ich soll Autolot ausmachen, aber er hatte das noch an. Hat jetzt meinen kompletten Hänger leer gemacht. Ja! NICHT! Ich... Läuft! Äh? Pause machen, Ostrand. Ja, wir werden jetzt runterkommen, wie... Nee, wir können die Folge abmoderieren. Äh, du bist raus, du kannst mich abmoderieren. Ja, doch, ich kann. Klar. Gut, dann 3, 2... Ja, gut, weiter. Äh, Leute, abmoderieren, Fabio. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Abo, Daumen hoch und einen Kommentar da. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau! Tschau, Leute!